Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Montag, der 20.05.2019 um 6.17 Uhr. Ich bin wieder auf den Beinen, bin wieder fit genug, um arbeiten zu gehen. Prost erstmal darauf. Nachdem ich ja von Donnerstag bis Samstag durchgehangen habe, so ein Schluck Wasser, geht es mir seit gestern wieder einigermaßen gut. Ich bin zwar jetzt auch ein bisschen platt und müde, aber das ist die normale Erschöpftheit vor dem Beginn der Arbeit. Ich werde mich gleich auf den Weg machen, heute mal ohne Fahrrad, da es zum einen heute regnen soll, aber davon sehe ich momentan irgendwie nichts, und zum anderen fahre ich doch heute nach der Arbeit wieder zu Jermaine zum Game of Thrones gucken. Heute letzte Folge ever, letzte Folge der Staffel 8, Folge 6. Wir sind gespannt, was nach dem Desaster letzten Montag jetzt noch passieren kann oder wird oder soll oder darf. Ich habe keine Ahnung. 16.30 Uhr ist, glaube ich, angedacht, vor Ort zu sein und eben dann Anfang wird 17 Uhr sein und eh die Folge vorbei ist, ist irgendwie 18.30. Also bin ich heute so gegen, ja, siebeneinhalb, acht zu Hause, kann noch ein bisschen klar Schiff machen in der Wohnung, denn morgen ist meine Mutter da. Ja, die ist von morgen bis Mittwoch hier, hat ein paar Termine in Berlin und das heißt, ich werde morgen Nachmittagabend den Nachmittagabend mit der Mama verbringen und am Mittwoch fährt sie aber vormittag, glaube ich, dann auch schon wieder zurück. Jo, äh, oder ansonsten, Stream gibt es heute nicht, da ich, wie gesagt, erst so um sieben, halb acht zu Hause bin, irgendwas in dem Dreh, oder halb sieben, um sieben. Und, wie gesagt, wenn ein bisschen der Haushalt ansteht, werde ich das nicht schaffen. Morgen ist dann, äh, was ist morgen? Ich weiß, ach nee, morgen ist ja Mama da. Äh, am Mittwoch fahre ich nach Göppenig nach der Arbeit, um da einen Grillplatzvertrag zu unterschreiben für unser Community Grillen im Juli. Und da bin ich wahrscheinlich auch aus dem Acht oder so zu Hause wieder mal gucken. Und, ja, wird also eine relativ ruhige Woche bei mir. Ich bin gerade heimlich im Hintergrund dabei, A Way Out runterzuladen von YouTube, um es dann nochmal als Highlight-Video bei Twitch hochzuladen. Da ist es nämlich nicht mehr, aber ich glaube, das ist mit einer der besten Streams, die, äh, Benni und ich zusammen gemacht haben. Äh, ich wünsche mir manchmal Spiele, die, äh, das, was wir in A Way Out erlebt haben, nochmal in anderen Formen wiedergeben. Aber bisher sind wir da leider nicht fündig geworden. Und ich bin mal gespannt, es gibt ja jetzt im Epic Store, im Epic Sale, äh, lauter Playstation-Only-Titel, also, äh, Heavy Rain, äh, Beyond Two Souls oder, äh, Detroit Become Human kommt da auch. Äh, äh, und, äh, Beyond Two Souls würde ich vielleicht gerne mal mit Benni zusammenspielen. Das ist die Frage, ob das möglich ist, jetzt mit der PC-Version jeder von seinem Rechner aus zu Hause. Oder, ob man da auch, wie bei der Playstation-Version, vor Ort zusammensitzen sollte oder muss. Ja, wir gucken mal. Joa, das ist es soweit von mir. Ich würde sagen, kommt gut in die neue Woche. Habt einen wunderschönen Tag. Ich trinke noch meinen Tee aus. Und dann werde ich mich auf dem Weg ins Büro machen. Und mal schauen, was ich am Donnerstag und Freitag verpasst habe, was liegen geblieben ist. Und dann starten wir voller Energie, naja, mehr oder weniger, in eine neue Arbeitswoche. Ich wünsche euch was. Habt eine schöne Zeit, habt einen guten Start. Und, äh, kommt auch gut in den Feierabend. Also, bis dann. Tschüss.